Wir sind einfach hier, um uns zu informieren, was wir für Möglichkeiten haben. Also insbesondere das Finanzielle, was man so bauen kann, wie das funktioniert, worauf man achten soll. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wir sind interessiert und dachten halt, für das kleine Eintrittsgeld kann man sich hier bestimmt sehr gut informieren. Und das prüfen wir jetzt mal. Hauptsächlich wegen Alarmanlagen. Ich wollte halt mal gucken, welche Alarmanlagen die hier so anbieten. Weil wir haben uns jetzt vor kurzem ein Haus gekauft letztes Jahr und halten Altbau. Und jetzt machen wir Neusanierungen und wollen ein bisschen nachrüsten, damit ich mich auch ein bisschen sicherer fühle. Und ja, sonst wollte ich mich einfach überraschen lassen. Ich bin Handwerker und interessiere mich natürlich, was es Neues für gibt und was man so machen kann. Und wenn wir das nächste Mal dann mal renovieren oder so. Wir wollten einfach durch die Reihe weg, glaube ich, alles uns einmal angucken. Und einmal baggern. Aus allen Fachbereichen ist irgendjemand hier und das ist ganz cool. Also egal ob Hausbau, Zaunbau oder Energiesysteme, Sicherheitssysteme. Also man sieht viel und wenn man sich gerade informiert wie wir, lernt man auch erstmal, glaube ich, viel dazu. Das ist sehr schön.